So, hey Leute, endlich melden wir uns mal wieder. Ich bin's Walle von der SNAR Gaming TV und wir spielen Counter-Strike Source und einfach mal ganz dumm Deadmatch. Äh, ja, was noch zu sagen? Für dieses Mal hab ich mir ein, äh, wo, was ist jetzt mit meiner Maus? Ein kleines Thema, yeah, ein kleines Thema überlegt. Und, yo, das passt. Äh, egal, ich erzähl einfach mal weiter. Nämlich, ich könnte ja dieses Mal etwas über Akta sprechen. Ich weiß, ich weiß, das Thema ist ein bisschen alt, aber wir haben ja auch lange keine Videos mehr hochgeladen. Und, äh, joa, ähm, ich würd einfach gerne mal eure Meinung hören. Was hält ihr von Akta? Das ist ja, also, eigentlich nix Besonderes, nix Gutes für uns. Und, äh, alle Let's Player werden aufhören. Äh, ja, ich spreche ein bisschen langsam, weil ich versuche mich hier jetzt mal einfach ein bisschen zu konzentrieren. Jo, los geht's. Okay, ähm, so, unsere Waffe auf Feuerstoß und, äh, jo. Na, naja. Ähm, jo, so, wir sind Anti. Ich hab's schon wieder vergessen. Äh, dä, 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 ich kenn die Karte nicht. Die. Wo ist das? Hm. Schau mir doch nicht den Kill. Meiner. Mann! Egal, ähm, ja, genau, also, ich weiß ja, äh, Akta wurde jetzt, äh, etwas beiseite gelegt. Trotzdem sollten wir es nicht aus den Augen verlieren. Äh, weil... Och, scheiße. Es ist doch schon ein etwas, ähm, ja, ein sehr, 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 äh, wichtiges Thema. Weil, ja, wir sollten es halt, wie schon alle anderen sagen, durchsetzen, äh, damit das auf gar keinen Fall durchkommt oder nur ansatzweise durchgesetzt wird. Oh, war da schlecht. Egal, wir haben eine Diegel, 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 diegel. Und, ja, oh, wow, wow. So, das geht ja mächtig hier zur Sache und dann gehen wir den nochmal... No, naja, war auch schlecht. 4-4, naja. Egal, einfach mal ganz dumm Deadmatch. Äh, einfach mal so zur Abwechslung. Und es werden jetzt auch hoffentlich wieder Videos kommen, ähm, zu Victor. Was kann ich zu Victor sagen? Yo, er hat Probleme mit seinem Headset. Das war's. Äh, er... Wir versuchen gerade die ganze Zeit irgendeine Aufnahme hinzubekommen, aber wir schaffen es einfach nicht. Und ich bin übel schlecht. 4-7, meine Güte. Ich hätte auch schon bessere Zeiten. Viel bessere Zeiten. 4-7, meine Güte. Mann! So, die war für's schön. Die ist... Die ist geil. Die gefällt mir. Mit der werde ich jetzt alle töten. Oh, mit's Gaut. Scheiße. Ja, 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 ja. Wo? Ah, fucking Camper. Man merkt schon, ich bin... In, äh, dieser Runde ziemlich schlecht. Ja, geht doch, was hab ich jetzt, was hab ich jetzt, was hab ich jetzt, was hab ich jetzt? Jo. Läuft, läuft. Nicht. Doch, 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 da, da die Chance muss ich ausnutzen, bevor wieder... Nein! Nein! Scheiße! Spiel vorbei, mein, äh, geht, Mann. 7, 13, bin da schlecht... Ne, doch nicht. Achso, 1-0. Ja, ich kenn den Server nicht, ich, äh, ich spiel das erste Mal drauf. Und, ich schaff's nicht mal, jemanden so zu töten, das ist doch mal peinlich. Ey, komm, Alter! Ne, 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 ne. Warum ich? Warum ich? Ich, ich steh das dumm einfach nur so rum. Das sieht alles so leicht. Ja, komm. Scheiße. Hä? Naja, okay, äh, ich versuch jetzt mal wieder hier ein bisschen Stimme reinzubringen, weil jetzt kommt der Profi-Walle wieder. Der macht jetzt alle platt. Boom, 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 und, boom, und, boom. Boom, und, boom. Und nachladen wie einen Pro im Laufen. Yeah! Das war voll der geile Kill, war doch, äh, war voll der Pro-Kill. Jetzt haben wir die Noob-Waffe. 8,21, äh, mein bestes, also, mein bestes Ergebnis bisher auf einem Deadmatch-Server. Äh, ich hatte noch nie was Besseres. Jo. Egal, das war schon mal was etwas Besseres. Wow, 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 oh, Skill. Huh! Wow, Skill, Skill, wow. Habt ihr das gesehen? Oh, mehr Skill. Oh, nachladen, purer Skill. Im Stehen nachladen. Oh! Alter, 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 jetzt läuft's, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Na, hä. Fö, ne, 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 ne. Boah. Boah, was los, was los, Farmas, war, oh. Der war gut. Was los, Farmas kommt, was los. Oh! Hält schon, oh, AK, was los. AK, was los. AK, was los, Scout. Was los, Scout. Jetzt kommt der Pro. Nein! Egal. Boah, was los. Oh. Hab ich nicht gesehen, was los. Oh, Skill. Oh, knapp. Knappes Ding. Oh. Das sind meine Leute. Boah. Im Laufen nachladen. Was los? Ich bin Pro. Boah. 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 Puh, hab ich mein Ego mal wieder übelst aufgeholt. Was los? Was los? Übelst der Kill. Was los? Was los? Was los? Mit der gleichen Waffe. Was los? Wir gehen die Rohre. Die Rohre. Wir gehen die Rohre. Wir gehen die Rohre. Was los? Hänger. Was los? Nein. Boah. Boah. Jetzt mach ich hier. Jetzt mach ich hier mal voll den Spyler Kill. Was los? Was los? 360. No. Oh. Nein. Scheiße. Ach, kacke, Mann. Ach, wie peinlich. Oh mein Gott. Nein. Scheiße. Egal. Ich spiel noch ein bisschen. Ja, komm. Okay. Und Anti-Terror. Was los? Was los? Der Walle kommt. Was los? Die Map war einfach scheiße. Dieser Cam, der ist richtig gut. Was los? Was los? Alle, kommt. Ja, komm, Alter. Klau mir den Kill, ey. Ich glaube auch, ey. Parasitenschwein. Kleine. Piep. Boah. 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 Nein. Boah. Skill. Boah. 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 Vielen Dank.